Der ehemalige Bundesliga-Profi Federico Machedar hat einen neuen Verein gefunden. Er wechselt in die griechische Super League zum Spitzenverein Panathinaikos Athen. Dies teilte der Verein offiziell mit. Er lebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt Gratis-Monat sichern. Machedar, der in der Rückrunde der Saison 2012-13 mit bescheidenem Erfolg für den VfB Stuttgart stürmte, war nach seinem Abschied vom italienischen Zweitliga-Absteiger Novara Calzico im Juli vereinslos. Bei Panathinaikos unterschrieb der 27-Jährige einen bis 2021 datierten Vertrag. Federico Machedar gewann mit Manchester United zweimal die Premier League. Mesheda stammt aus der Jugend Lazio Rums, später wechselte er zum englischen Rekordmeister Manchester United. Dort galt er als großes Talent, den Durchbruch schaffte der ehemalige UN- und 20-Nationalspieler dort allerdings trotz des Gewinns zweiter Meisterschaften nie. Während seiner Laufbahn spielte der Stürmer unter anderem auch für die Donchester-Rovers Birmingham City und Cardiff City. Mehr zu Federico Machedar und dem internationalen Transfermarkt. Mehr zu Federico Machedar und dem internationalen Transfermarkt.